Über Hockeyfy habe ich einen Job ausgeschrieben für einen Tag als meine Assistentin und ich habe ganz genau aufgelistet, welche Kompetenzen die Person haben sollte, welche Kriterien sie erfüllen soll und dann war es schon sehr leicht, die Leute auszusortieren, die diese Kriterien nicht erfüllt haben. Und ich habe wirklich viele Bewerbungen erhalten, damit hatte ich auch nicht gerechnet und dann habe ich mich schon dabei erwischt, wie ich so in der U-Bahn gesessen bin und am Handy die Bewerbungen durchgeschaut habe und mir so dachte, hm, ja, du bist jetzt nicht ganz geeignet, ich konnte da wirklich sehr gut aussortieren und dann habe ich schon mit vereinzelten Bewerberinnen und Bewerbern Kontakt aufgenommen und so weitere Fragen gestellt und dann bin ich relativ schnell auf die passende Kandidatin gestoßen, Isabelle. Als Jobsuchender bekommt man einen Job vorgeschlagen und man wischt nach links, wenn man ihn nicht möchte und nach rechts, wenn man interessiert ist. Ich glaube, es ist einerseits für Jobsuchende toll, weil es richtig ratzfatz geht, aber auch für mich als jemand, der einen Job ausgeschrieben hat, war es wirklich einfach und problemlos und ich glaube, das war einfach eine schöne Fusion. Ja, für alle Beteiligten ging es sehr schnell, stressfrei und einfach und das gefällt mir.